Musik 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 Frohe Ostern Musik Musik Huh! Wer seid ihr denn? Wollt ihr heute nicht lieber Ostereier sammeln? Ach, ihr findet noch keine? Das erklärt einiges. Kommt einfach mal mit, ich zeig's euch. Cool hier, ne? Ich hab selber erst vor ein paar Tagen erfahren, dass hier ein Osterhasenbau ist. Und der Grund, warum du noch keine Ostereier findest, ist, weil ich noch voll dabei bin. Der Osterhase hat einfach viel zu viel zu tun und da hat er gemeint, hey Hotdog, spring mal ein hier in der Stadt. Und er hat mir, glaube ich, auch irgendwo eine List hin gepackt. Ach, guck an, da ist sie. Mal schauen, was hat er mir denn aufgetragen? So, also erst mal ein bisschen die Ostereier holen. Äh, aus dem Hünderstall. Das würde wohl nicht so schwer sein. Er meint, dass das wie Kühe melken. Alles schon parat. Hier haben wir einen Eimer und jetzt gucken wir mal, welchen nehmen wir denn hier? Hm, ah, das hier. Das soll klein sein. Das würde sich wohl nicht so werden, wenn wir es melken. Na, komm mal her. Das geht ja relativ einfach. Au, 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 au. Das sollte, glaube ich, reichen. Ja, sieht gut aus. Na gut, dann wollen wir die mal färben. Auf der Liste stand auch, sollen die ja färben, ne? So unbemalt, wie die ja keine haben. Glaubt, die Maschine stand da drüben. So, wie war das gleich noch? So, Eier hier reinfüllen. Und dann macht die Maschine das immer von alleine, glaube ich. Das ist so eine magische Maschine. Guck, da gehen sie dann erstmal durch, werden gewaschen. Ah, und da wird dann die Farbe noch gemacht. Und dann kommen sie da raus. Na, guck an. Fertig sind die Dinger. Sieht doch eigentlich relativ gut aus. So, alle einpacken, wenn man alle hat. Dann würde ich sagen, gehen wir los, damit du dann auch deine Osterheier finden kannst. Wir treffen uns dann oben, ne? Aber dieser Bau hier bleibt unter uns, ne? Und jetzt, ich muss los. Keiner da, ne? Dann wollen wir mal schnell die Osterheier verstecken. Hopp, hopp. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Und gleich weiter geht's hier. Und hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. So, ich hab schon ein paar versteckt. Kann sich ja schon mal ans Werk machen. Aber ich muss noch weiter. Ich hab noch einiges vor. Aber ansonsten wünsch ich dir schon mal Frohe Ostern. Na dann. Hopp, 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 hopp. Schön, und bitte schön. Tschüss, welches behindern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017